Gegen die Angst vor Spinnen hilft nur eine Spinne, sagt der Therapeut. Sie haben ja unheimliche Angst, dass sie hier hochkrabbelt. Und wenn die hier hochkrabbelt, braucht man ja nur da eine Hand hinzulegen, dann krabbelt sie da drauf und dann kann man sie wieder hier runter tun. Das ist der entscheidende Punkt, deswegen sollen sie das lernen. Wollen wir das mal probieren, dass sie mit der einen Hand... Nein, die sitzt nicht auf ihrer Hand, das müssen wir sehen. Ja, ja, aber das... Also ich habe ihnen ja gerade gezeigt. Wie sie da draufkriegt, genau. Das war so der Punkt, wo ich gedacht habe, das möchte ich nicht. Nee, das müssen sie auch nicht so machen. Weil das finde ich eklig. Probieren Sie es nochmal. Sie sind jetzt sehr nah dran, es zu schaffen. Wenn es dunkel wird, kriechen sie zu Millionen aus ihren Verstecken. Seit sich Hamburgs alte Speicherstadt zur schicken Hafencity wandelt, vermehren sie sich hier massenhaft. Überall spinnen sie ihre klebrigen Fallen. Zum Ärger von Mietern, Maklern und Investoren. Ich kann die Leute, die Pfui-Spinne sagen, gut verstehen. Natur hin, Natur her, ich mag sie einfach nicht. Und mit dieser Abneigung bin ich nicht alleine. Was haben Sie für ein Verhältnis zu spinnen? Zu spinnen, muss ich nicht unbedingt haben. Oh, ich mag keine Spinnen. Ich habe eine Spinnen-Phobie. Nein. Ein Mann, der Angst hat vor Spinnen. Eine Angst habe ich keine, aber ich mag sie nicht. Aber er muss sie einsammeln zu Hause. Ich muss aber einsammeln. Ich töte die Spinnen. Echt? Ja. Warum? Weil sie eklig sind. Also, kleine und große und haarige, alle. Da hole ich meine Spinnen-Phobie, mache das Fenster auf und aus mit. Das sind Radnetze. Eigentlich ganz hübsch, wenn sie morgens Taubehangen in den Parkanlagen hängen. Jetzt ist die Zeit der Kreuzspinnen, hat mir Frau Professor am Telefon gesagt. Sie würde mir deren Schönheit gern mal aus der Nähe zeigen. Dann mal los. Professor Jutta Schneider ist Verhaltensbiologin an der Hamburger Universität. Die Wissenschaftlerin gilt als Expertin für das ungewöhnliche Sexualverhalten der Achtbeiner. Ihr Fachgebiet hat es verständlicherweise nicht leicht in der Öffentlichkeit. Denn Spinnen haben echte Imageprobleme. Zu Unrecht, behauptet sie. Aber warum? Spinnen sind Raubtiere. Raubtiere sind immer oft interessanter als Vegetarier, finde ich persönlich. Spinnen sind sehr unbekannte Wesen, faszinierend und divers. Es gibt so viele Arten und jede Art ist anders. Jede Art lebt anders, jede Art pflanzt sich etwas anders fort. Nur was sie alle gemeinsam haben, ist, dass sie Insekten fressen. Hier überall, man sieht sie nicht immer so einfach, aber überall sitzen sie und überall halten sie uns. Die Insekten vom Leib und fressen, die fressen Tonnen von Insekten. Es gibt mal irgendeine Zahl, die Erde wäre mehrere Meter mit Insekten bedeckt, wenn es keine Spinnen gäbe, die sie fressen. 38.000 Spinnenarten halten uns weltweit Insekten vom Leib. Das macht mich noch lange nicht zum Spinnen-Fan. Aber dass Jutta Schneider das Liebesleben der Krabbeltiere erforscht, weckt mein Interesse. Und deshalb wage ich es, der Professorin ins Spinnenreich zu folgen. Das hier ist unser Spinnenlabor, wahrscheinlich eines der größten Spinnenlabore der Welt. In jedem Töpfchen hier, in jedem Rahmen, den Sie hier sehen können, befindet sich eine Spinne. Hunderte von Töpfchen und tatsächlich immer eine Spinne drin. Manchmal noch eine Fliege, offenbar das Futter. Zwischen Spinnennetzen, die die Tiere in so einer Art Bilderrahmen gebaut haben, konzentriert beobachtende Studenten der Verhaltensbiologie. Der Raum ist so ein bisschen aufgeteilt. Also wir halten Spinnen aus verschiedenen Regionen. Wir haben hier zum Beispiel unsere kleinen Becher. Hier sind gerade Jungspinnen drin, die sind zwar schon relativ groß, aber das ist eine afrikanische Spinne, die wird sehr, sehr groß, bis zu Handteller groß werden mit Beinen. Eine der größten Radnetzspinnen. Die es gibt. Und bis sie also etwas größer sind als so, werden sie in diesen kleinen Bechern gehalten. Tausende von Spinnen werden so für die Paarungsbeobachtung großgezogen. Sie brauchen Feuchtigkeit und ab und zu eine fette Fliege. Die Paarungsforschung hat natürlich Folgen. Jutta Schneider zeigt mir den Kindergarten. Das sind ganz viele Kinderchen. Jetzt stellen wir den hier hin. Die Kinderchen einer einzigen afrikanischen Radnetzspinne. Ganz schön viele. Oh ja, das wimmelt richtig, wenn man da anfasst. Wie viele sind denn das? Das sind einige hundert, schwer zu sagen. Können 500 sein, können 800 sein. Überleben die denn alle? Ne, alle werden nicht überlegen. Also in der Natur auch nicht? Dafür ist unser Labor nicht groß genug. Und in der Natur? Nein, auch nicht. Das wäre ja Wahnsinn auch, ne? Das wäre Wahnsinn. Wenn die weiblichen Spinnenbabys groß sind, dürfen sie im eigenen Rahmen ihr Netz bauen. Und wenn die Paarungszeit gekommen ist, setzen die Forscher die Männchen aus den Bechern dazu und beobachten die beiden bei der Zeugung von Nachwuchs. Das Ganze ist deshalb so interessant und beschäftigt Studenten und Doktoranden, weil bei diesen Spinnen nicht wie bei den Säugetieren die Männchen viele Frauen haben, um möglichst viel Nachwuchs zu zeugen, sondern die Spinnen Frauen viele Männer. Jutta Schneider und Doktorand Rainer Neumann wollen rausfinden, was sich die Natur, die ja eigentlich nichts Sinnloses hervorbringt, dabei gedacht hat. Warum ist die ungewöhnliche Vielmännerei dieser Spinnen so erfolgreich bei der Fortpflanzung? Und das sogar, wenn die Weibchen auch noch männermordend und kannibalisch veranlagt sind. So hier sind wir im Bereich, dem Steffi Zimmer arbeitet. Hallo. Hallo. Sogenannte Wespenspinnen beobachtet die Doktorandin. Die Wespenspinnen hier überall in diesem Rahmen sitzen die Weibchen. Und das Besondere bei dieser Art ist, dass die Weibchen ihre Männchen praktisch fast immer nach der oder während der Paarung töten. Oh. Nach der Paarung killt sie ihn und frisst ihn auf. Die Frage ist, warum? Die Wespenspinnen sind aus Südeuropa eingewandert. Vermutlich als Folge des Klimawandels. Wilde Wiesen, egal wo, sind ihr Revier. Steffi Zimmer beobachtet sie auch draußen. Hier haben wir eine riesengroße Spinne. Ich sehe noch gar nichts. Und zwar, hier hängt sie. Ganz weit unten. Das ist ein Weibchen. Und was du jetzt auch noch ganz besonders erkennen kannst, ist das Männchen bei ihrem Netz. Siehst du das? Das ist hier oben über ihr. Das Männchen ist deutlich kleiner als die Spinnendame. Kann mir vorstellen, wie sie gleich über das arme Kerlchen herfällt. Es bewegt sich gefährlich nah an ihr vorbei. Aber er wechselt jetzt die Seite. Da aber bei Steffis mörderischen Laborspinnenfrauen gerade mal wieder Männermangel herrscht, fängt sie den Herrn ein, bevor er hier sein Leben lässt. Außerdem bringt der kleine Spinnenmann frische Gene in die Zucht. Denn unter den Laborspinnen gibt's natürlich viele Geschwister. Das ist die Spinnendame, die Steffi ausgewählt hat für den Paarungsversuch mit unserem Mann von der Autobahnwiese. Sie hat schon Männchen gehabt und sozusagen alle vernascht. Jetzt geht's rund. Vorsichtig bringt Steffi das zarte Kerlchen an den Start, damit es tut, wozu es die Natur bestimmt hat. Nachwuchs zeugen und koste es das eigene Leben. Ob die Weibchen Fremde und Geschwistermännchen gleich behandeln, also töten, das interessiert die Wissenschaftlerin. Wann entkommen Männchen und wann nicht? Opfern sie sich gezielt? Hinter allem die Kardinalfrage, welchen Vorteil bringt ihr Tod der Fortpflanzung? So, jetzt hat er das erste Mal das Netz berührt. Das würde ich jetzt auch aufschreiben. Zu welchen Zeit. Und er geht jetzt ziemlich schnell zu ihr und zittert immer zwischendurch. Das ist so dieses Zeichen. Ich bin keine Beute. Und beginnt jetzt gleich mit der Balz. Und das sieht so aus, dass er ihre Beine immer so kitzelt. Und sie spreizt sie so regelrecht ab von ihrem Körper. Und drückt sich dadurch so richtig vom Netz ab. Das bezeichnen wir dann als Kopulationsstellung, also dass sie auch bereit ist für die Paarung. Und er kreist ordentlich mit seinem Bein. So, und jetzt ist er unter ihr. Er macht noch ein bisschen Zamba. Sein Kopf zeigt auch in ihre Kopfrichtung. Und dann kann es jetzt einfach manchmal ganz schnell gehen, dass er sofort in eine ihrer Geschlechtsöffnungen inseriert. Und sie attackiert ihn dann auch sofort. Und dann ist halt die Frage, kann er sich dann befreien? Oder hat sie ihn gepackt? So, jetzt inseriert er. Und sie hat ihn sofort gepackt. Oh. Und wickelt ihn gleich ein. Dann konnte man ja nichts sehen. Und er ist aber auch immer noch drin. Bei ihr. Wie nett. Schon speziell, ne? Ja. Dementsprechend ist er eigentlich verloren. Und sie beißt ihn auch schon. Und zack, jetzt ist er draußen. Und sie wickelt ihn schön ein. Also hatte das Vergnügen nur einmal mit ihr. Das war's jetzt. Das war's. Aber weil das Wichtigste so rasend schnell ging, bitte ich einen NDR Tierfilmer um Unterstützung. Sonst filmt Ivo Nörenberg sprintende Geparden und angreifende Krokodile in Superzeitlupe. Spinnenfrauen, die ihre Männer nach dem Sex töten und auffressen, hat er noch nie vor der Linse gehabt. Ist auf jeden Fall sehr aktiv. Oh, da mag sie. Die Zeitlupe zeigt, sie packt ihn wie ein Schraubstock. Und dann wird sichtbar, was auch Steffi noch nie so genau gesehen hat. Die Spinnenfrau wickelt breite Seidenfäden um ihr Opfer. Wie hauchdünnes Zellophan, aus dem es kein Entkommen gibt. Hamburgs Waterkant. Nach der Spinneninvasion in der neuen HafenCity haben Jutta Schneider und ihre Studenten natürlich das Sexualleben der sogenannten Brückenspinnen erforscht. Die Krabbeler vermehren sich hier massenhaft, seit das dunkle Speicherviertel zum gut beleuchteten Nobelquartier mutiert. Das passiert überall, wenn Schmuddelecken am Hafen schick und in werden, sagt sie. Wir sind in jeder Stadt, also weltweit. Ja. Es gibt sie in London, es gibt sie in Chicago. Die Lampe ist ja echt der Hammer. Sie ist herrlich. Wunderschön. Wie kommt das denn, dass die hier so zahlreich sind? Die haben hier keine Feinde, die haben gute Beuteverfügbarkeit. Alles, was aus dem Wasser da nachts schlüpft, können sie fangen und wenn sie dann noch einen schönen Platz an einer Lichtquelle ergattern, zack, dann kommt halt öfter noch was rein. Und dadurch leben die hier sehr gut. Loswerden kann man sie nicht, das ist absolut unmöglich. Hier kommt auch gerade eine. Hallo. Guten Tag. Des Rätsels Lösung sind die vielen neuen Lampen. Wenn man sich an einem Gebäude entfernt, dann kommen sie ja immer wieder, es ist alles voll, jede Brücke, es gibt genug Nachschub. Viel Licht, gleich viel Beute, gleich viel Nahrung, gleich viel Nachwuchs. So läuft das. Wie wir auch sehen, dass Licht schöne Effekte macht. Hier haben wir diese wunderbaren Bodenstrahler. Die Spinnen haben da schon ihre Netze oben drüber gebaut. Und wenn man dann schön nach oben schaut, da kann man auch ganz gut erkennen, wie viel Schmutz diese Spinnen machen können. Da müssen die ab und zu mal mit dem Besen ran. Was kann man denn dagegen machen? Ja, man kann nur sauber machen eigentlich und versuchen das Licht auszumachen. Können Sie das denn nachvollziehen, wenn so Leute Spinnen richtig widerlich finden, kreischen, schreien, Angst haben, wegrennen? Ja, nachvollziehen. Also ich habe mich auch schon mal als Kind vor Spinnen gefürchtet. Und es ist aber ganz schnell weggegangen, als ich ein bisschen mehr darüber gelernt habe. Und sobald ich irgendwas weiß über eine Spinne oder mich da ein bisschen näher mit beschäftige, ist das total weg. Und dann weicht vielleicht das Unheimliche oder das Eklige deiner Faszination an. Haben Sie denn Angst vor Spinnen? Ja, Angst, also so kleine finde ich schon fies, so ein bisschen. Also ich muss die jetzt nicht auf mir rumlaufen haben und große, also so richtig große mag ich gar nicht. Richtig große gibt's auch in der Uni. Hallo. Hallo. Sie sind verdammt groß. Sie sind mitten bei der Arbeit. Ja, genau. Ich bin gerade dabei, die Spinnen zu füttern. Aha. Und ja, schau doch einfach mal zu. Die Doktorandin Claudia Wesselow erforscht das Verhalten südamerikanischer Jagdspinnen. Ich versuche, sachlich zu bleiben. Das sind ja echt riesig. Genau, das sind quasi die Mamis von den ganzen Kleineren. Spinnen fressen Insekten. Und die mag ich auch nicht so. Und jetzt tun mir plötzlich diese Heimchen leid. Ich rutsche es. Oh Gott, wenn die wollen, sind die halt echt schnell. Eine echte Spinnenphobie habe ich offenbar nicht. Sonst wäre ich wahrscheinlich schon schreiend weggelaufen. Aber so dicke Spinnen machen mir Angst. Zumal die hier auch noch giftig sind. Die hat das schnell gemerkt. Ui. Ich versuche locker zu bleiben. Krasse Viecher. Ich finde so große Schuhen heftig. Wenn ich mir vorstelle, die sitzt irgendwo bei mir im Zimmer. Ja gut, dann ist ja auch die Box nicht da. Ich glaube, das macht schon einen Unterschied. Aber Angst hast du nicht? Ja, Angst habe ich nicht. Nie gehabt. Lustigerweise glaube ich doch als Kind war ich auch ein bisschen ängstlich. Und die große Faszination kam eigentlich erst so mit 18, 19. Da wollte ich eigentlich immer eine Vogelspinne haben. Durfte sie aber nicht bekommen. Und dann habe ich angefangen, mich für die heimische Spinnenfauna zu interessieren. Und so wuchs und wuchs das. Und ja, ich bin hier quasi in meinem Element. Das ist ganz schön. Ab und zu bekommen die Spinnen und die Spinnenforscher Besuch von Schulkindern. Die haben offenbar weniger Probleme mit den Achtbeinern als ich. Nicht mal Claudias Jagdspinnen können sie schocken. Und selbst als Rainer eine Vogelspinne auf den Tisch legt, rennt niemand weg. Im Gegenteil. Krass, dass die keine Angst haben. Vogelspinnen sind gar nicht gefährlich für den Menschen, erfahren wir. Man kann sie auch mal vorsichtig berühren. Was ich so gar nicht möchte. Die Wissenschaftler wollen so Vorurteile und Berührungsängste abbauen. Verstehe ich. Aber anfassen? Das geht mir zu weit. Die sind dann verloren. Die sind dann für die Verteidigung eingesetzt. Aber es ist bei denen... Ja. Die Angst vor Spinnen ist verbreitet. Etwa 10% aller Deutschen haben sogar eine echte Spinnenphobie. Mehrheitlich Frauen. Eine Horrorvorstellung für diese Menschen, Spinnen zu begegnen. Ich nehme meine eher bescheidene Spinnenangst zum Anlass, einen Psychologen der Universität Greifswald zu besuchen, der diese Angst erforscht und der Menschen hilft, für die sie zur Qual wird. Professor Alfons Hamm beobachtet, analysiert und heilt die Spinnenangst. Hallo. Hallo, Grüß dich. Schönen guten Tag. Guten Tag. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Ja, bitte. Prima. Das sieht ja abenteuerlich aus. Das ist ein EG. Das sind Gehirnströme. So was habe ich schon mal gesehen. Das nicht. Das sind Bilder von Spinnen und andere, die nennen wir neutrale Bilder. Oha. Und das? Das ist ein Messgerät, um diese Hirnströme aufzunehmen. Das nennt man Elektroenzephalogramm. Das ist eine Kappe, mit der man das dann aufnehmen kann. Und was genau zeigt mir das jetzt? Das ist im Prinzip die Elektrizität, die ihre Nervenzellen im Gehirn erzeugen. Die können wir messen, oben an der Oberfläche des Kopfes. Und wann immer Sie so ein Bild sehen, zum Beispiel so eine Spinne, dann antwortet das Gehirn auf dieses Bild. Also es sieht das Bild und verarbeitet das. Erstmal sagt es, oh, eine Spinne. Und dann sagt es nochmal, oh, eine Spinne. Und dann sagt es nochmal, oh, scheiße, eine Spinne. Ja, genau. Das geht aber dann tiefer ins Gehirn und setzt dann ihren Körper in Gang. Und dann kriegen sie feuchte Hände und das Herz fängt dann zu klopfen und all diese Dinge. Hunderte Sensoren schauen in meinen Kopf. Etwas unheimlich. Warum haben wir Menschen eigentlich Angst vor Spinnen? Also der erste Weg ist, man macht unangenehme Erfahrungen damit. Zum Beispiel, man ist irgendwo im Wald und plötzlich landet eine Spinne auf der Schulter. Und man kriegt einen irrsinnigen Schrecken und rennt weg und heult und schreit. Das ist eine Möglichkeit. Dann ist das zweite, wenn wir Modelle haben, die Angst vor Spinnen haben. Zum Beispiel unsere Mütter oder unsere Väter, die uns früh beibringen, Spinnen mag ich nicht, es ist komische Tiere. Das kriegen wir auch als Kinder mit und dann sind sie tatsächlich für uns komisch und eklig. Und das dritte sind Filme. Also so Harry Potter zum Beispiel, zweiter Teil, ist voll mit Spinnen. Und da wird so etwas wie Ekel erzeugt. Und der vierte Grund ist, dass man sich diese Kleinkindangst nicht abtrainiert. Wenn man sagt, ich mag keine Spinnen und ich fasse nicht an, dann schleppt man das mit dem Verwachsenenalter. Professor Hamm sagt, gegen die Angst vor Spinnen hilft nur eine Spinne. Gut, dann bring ich dich jetzt erstmal rein. Oh ja, die ist ja wirklich ganz schön groß. Ja, schauen Sie sich die mal an. Ich gebe Ihnen mal einen Stuhl, wenn Sie sich mal hinsetzen. Okay. Können Sie sich die jetzt erstmal ein bisschen anschauen? Mhm. Und mal einfach beschreiben, was Sie sehen. Ich sehe ein ziemlich behaartes, riesiges Spinnenviech. Ja, genau. So richtig anfassen? Richtig feste Anfassen mit beiden Händen. Ja, er ist so ein bisschen angespannt jetzt hier. Versuchen Sie mal. Also ich würde jetzt so sagen, wir müssen uns eigentlich nicht näher kennenlernen. Sie haben da überhaupt keine Angst vor, ne? Na, dann wäre ich ein schlechter Therapeut, wenn ich Angst vor Spinnen hätte und Ihnen das wegtherapieren wollte. Haben Sie schon immer keine Angst vor denen? Ich hatte panische Angst vor Spinnen. Echt? Schauen Sie, kommen Sie ein bisschen mehr ran. Das fühlt sich jetzt auch ein bisschen anders an als eben. Ja, ne? Jetzt ist es ein bisschen größer. Wenn das jetzt ein kleiner Hund wäre, dann wäre das viel schöner. Aber schauen Sie mal, die macht genau, was ich ihr sage. Mhm. So, jetzt machen wir mal die Übung. Ich würde Sie bitten, die Spinnen mal hier vorne zu berühren. Mhm. Wenn Sie das mal probieren. Ja? Ja, ich helfe Ihnen nur ein bisschen in der Schulter. Stopp. So, jetzt erst mal an die Entspannung denken hier. Ein bisschen locker in der Schulter. So. Atmen nicht vergessen. Sie atmen nicht. So, jetzt ein bisschen berühren. Okay, sehr gut. Jetzt haben Sie eine Spinne angefasst. Ja. Und so eine große. Ich lege jetzt meine Hand hier rein und lasse sie jetzt auf meine Hand krabbeln. Die Befürchtung, die Sie haben, ist, dass Sie jetzt wahrscheinlich ganz schnell meinen Arm hochkriechen wird. Ja, das ist so gerade wahr. Bleibst du hier? Das finde ich generell einfach... Schauen Sie. Jetzt ist es auf meiner Hand. Kommen Sie wieder ein bisschen näher und schauen Sie sich das an. So unbedingt muss ich das, glaube ich, nicht haben. Probieren Sie mal, die Hand einfach so da reinzulegen. So, präventive Maßnahme. Oh, ich weiß nicht. Ich lege mal davor, ja, dass Sie sie da hinterlegen. Ja, okay. Okay. Kommen Sie mal ein bisschen näher ran hier. Ich möchte sie nicht auf meiner Hand haben. Versuchen Sie, sie noch mal zu berühren. Damit Sie das, was Sie schon gekonnt haben, auf jeden Fall wieder machen, ja? Das haben Sie ja schon gekonnt. Das sollten Sie auf jeden Fall jetzt noch mal wieder versuchen. Ja. Versuchen Sie mal genau so, ja, nach hinten zu drücken jetzt. Sich zu entspannen jetzt. Mal so lange mit ihr zu spielen, bis es Ihnen... Spielen. Ja, bis es Ihnen keine Probleme mehr macht. Also bis Sie so merken... Meine Hände sind nass. Ja, ja, das ist normal. So, jetzt wollen wir Sie mal einmal über Ihren Finger laufen lassen. Ganz langsam. So, erst mal mit einem Bein. Da kommt sie. Oh. So, jetzt lassen wir sie mal da einen Moment. So, das lassen Sie jetzt mal auf sich wirken. Wie ist die Angst jetzt? Sie haben jetzt eine Spinne auf Ihrem Finger sitzen. Ich nehme jetzt den Druck ein bisschen weg. Lassen Sie Ihren Finger liegen. So. Und jetzt entspannen Sie sich mal hier so ein bisschen. Ja, sehr gut. Machen Sie sich klar, was Sie da tun. Sie haben zum ersten Mal in Ihrem Leben eine Tarantel in voller Größe auf Ihre Hand. Ja, kommt der Hand, wir gehen weiter. Und ich schiebe es ein bisschen weiter nach vorne. So. Na, super. So, du sollst ja nicht da hoch. Und jetzt platt. Dass die ihn auch noch so hohe, richtig glaubst du nicht. Super. Na, das ist eine volle Leistung. Sie haben die Hand... Sie sind total entspannt. Sie haben die Hand, ähm, jetzt... Die Spinne ist voll auf Ihrer Hand. Wow. So, jetzt können Sie die Hand nämlich mal kurz anheben. So. Super. Ah. Das ist toll. Sie haben eine Tarantel auf Ihrer Hand. Ja. Toll. Ne, machen Sie sich das klar. Nein, nein, ich lasse nicht los. Ne, den nicht loslassen. Ne, ne, ich bin ja da. Ach, gut. Da drunter kann ich... Sie müssen nur, dass die mir nicht auf den Arm riecht, weil das finde ich wirklich fies. Ne, ne, das wohnen wir auch noch nicht. Ne, aber deswegen nicht da oben, hier. Ne, ne, nicht. Jetzt verarschen Sie mich hier nicht. Nein, nein, gut. Sie ist immer noch auf Ihrer Hand. Ja, ja. Aber das ist so verspannt hier. Ja, das löse ich, wenn Sie die Hand da lassen. Gut, ja, lassen Sie es ein bisschen locker. So, jetzt legen Sie es wieder hin. Und jetzt versuchen Sie es mal runter zu. Ne? Ja, müssen Sie sich andere annehmen, genau. Da lang. Sehr schön. Ja, sehr schön. Da lang. Wunderbar machen Sie das. Ruckwärts. Ups, da war ich ein bisschen schnell, ne? Sehr schön. Super. Ja, toll gemacht. Das reicht jetzt aber auch, oder? Also, Glückwunsch. Danke. Kriege ich jetzt ein Zertifikat? Ja, jetzt trinken wir erstmal einen Kaffee. Ja. Männermangel herrscht, fängt sie den Herrn ein, bevor er hier sein Leben lässt. Außerdem bringt der kleine Spinnenmann frische Gene in die Zucht, denn unter den Laborspinnen gibt's natürlich viele Geschwister. Das ist die Spinnendame, die Steffi ausgewählt hat für den Paarungsversuch mit unserem Mann von der Autobahnwiese. Sie hat schon Männchen gehabt und sozusagen alle vernascht. Jetzt geht's rund. Vorsichtig bringt Steffi das zarte Kerlchen an den Start, damit es tut, wozu es die Natur bestimmt hat. Nachwuchs zeugen und koste es das eigene Leben. Ob die Weibchen Fremde und Geschwistermännchen gleich behandeln, also töten, das interessiert die Wissenschaftlerin. Wann entkommen Männchen und wann nicht? Opfern sie sich gezielt? Hinter allem die Kardinalfrage, welchen Vorteil bringt ihr Tod der Fortpflanzung? So, jetzt hat er das erste Mal das Netz berührt. Das würde ich jetzt auch aufschreiben. Zu welchen Zeit. Und er geht jetzt ziemlich schnell zu ihr und zittert immer zwischendurch. Das ist so dieses Zeichen. Ich bin keine Beute. Und beginnt jetzt gleich mit der Balz. Und das sieht so aus, dass er ihre Beine immer so kitzelt. Und sie spreizt sie so regelrecht ab von ihrem Körper. Und drückt sich dadurch so richtig vom Netz ab. Das bezeichnen wir dann als Kopulationsstellung, also dass sie auch bereit ist für die Paarung. Und er kreist ordentlich mit seinem Bein. So, und jetzt ist er unter ihr. Dann macht noch ein bisschen Zamban. Genau. Sein Kopf zeigt auch in ihre Kopfrichtung. Mhm. Und dann kann es jetzt einfach manchmal ganz schnell gehen, dass er sofort in eine ihrer Geschlechtsöffnungen inseriert. Und sie attackiert ihn dann auch sofort. Und dann ist halt die Frage, kann er sich dann befreien? Oder hat sie ihn gepackt? So, jetzt inseriert er. Und sie hat ihn sofort gepackt. Oh. Und wickelt ihn gleich ein. Da konnte man ja nichts sehen. Nee, und er ist aber auch immer noch drin. Bei ihr. Wie nett. Ja, schon speziell, ne? Ja. Dementsprechend ist er eigentlich verloren. Und sie beißt ihn auch schon. Und zack, jetzt ist er draußen. Und sie wickelt ihn schön ein. Also hat er das Vergnügen nur einmal mit ihr. Das war's jetzt. Und dann sind sie tatsächlich für uns komisch und eklig. Und das dritte sind Filme. Also so Harry Potter zum Beispiel. Zweiter Teil. Ist voll mit Spinnen. Und da wird so was wie Ekel erzeugt. Und der vierte Grund ist, dass man sich diese Kleinkindangst nicht abtrainiert. Wenn man sagt, ich mag keine Spinnen und ich fasse nicht an, dann schleppt man das mit dem Verwachsenen halt da. Professor Hamm sagt, gegen die Angst vor Spinnen hilft nur eine Spinne. Gut, dann bring ich sie jetzt erstmal rein. Oh ja. Die ist ja wirklich ganz schön groß. Ja. Schauen Sie sich die mal an. Ich gebe Ihnen mal einen Stuhl, wenn Sie sich mal hinsetzen. Okay. Können Sie sich die jetzt erstmal ein bisschen anschauen? Mhm. Und mal einfach beschreiben, was Sie sehen. Ich sehe ein ziemlich behaartes, riesiges Spinnenviech. Ja, genau. So richtig anfassen? Richtig feste Anfassen mit beiden Händen. Ja, er ist so ein bisschen angespannt jetzt hier. Versuchen Sie mal. Also ich würde jetzt so sagen, wir müssen uns eigentlich nicht näher kennenlernen. Sie haben da überhaupt keine Angst vor, ne? Na, dann wäre ich ein schlechter Therapeut, wenn ich Angst vor Spinnen hätte und Ihnen das wegtherapieren wollte. Haben Sie schon immer keine Angst vor den? Ich hatte panische Angst vor Spinnen. Echt? Schauen Sie, kommen Sie ein bisschen mehr ran. Ja, das fühlt sich jetzt auch ein bisschen anders an als eben. Ja, ne? Jetzt ist es ein bisschen größer. Wenn das jetzt ein kleiner Hund wäre, dann wäre das viel schöner. Aber schauen Sie mal, die macht genau, was ich ihr sage. So, jetzt machen wir mal die Übung. Ich würde Sie bitten, die Spinne mal hier vorne zu berühren. Wenn Sie das mal probieren. Ja, ja, ich helfe Ihnen nur ein bisschen in der Schulter. Stopp. So, jetzt erst mal an die Entspannung denken hier. Bisschen locker in der Schulter. So. Atmen nicht vergessen. Sie atmen nicht. So, jetzt ein bisschen berühren. Okay, sehr gut. Jetzt haben Sie eine Spinne angefasst. Ja, und so eine große. Ich lege jetzt meine Hand hier rein und lasse sie jetzt auf meine Hand krabbeln. Die Befürchtung, die Sie haben, ist, dass sie jetzt wahrscheinlich ganz schnell meinen Arm hochkriechen wird. Ja, das ist total wahr. Bleiben Sie hier? Das finde ich generell einfach... Schauen Sie, jetzt ist es auf meiner Hand. Kommen Sie wieder ein bisschen näher. Ich glaube, das hat schon einen Unterschied. Aber Angst hast du nicht? Ja, Angst habe ich nicht. Nie gehabt. Lustigerweise, glaube ich, doch als Kind war ich auch ein bisschen ängstlich. Und die große Faszination kam eigentlich erst so mit 18, 19. Da wollte ich eigentlich immer eine Vogelspinne haben. Durfte sie aber nicht bekommen. Und dann habe ich angefangen, mich für die heimische Spinnenfauna zu interessieren. Und so wuchs und wuchs das. Und ja, ich bin hier quasi immer im Element. Das ist ganz schön. Ab und zu bekommen die Spinnen- und die Spinnenforscher Besuch von Schulkindern. Die haben offenbar weniger Probleme mit den Achtbeinern als ich. Nicht mal Claudias Jagdspinnen können sie schocken. Und selbst als Rainer eine Vogelspinne auf den Tisch legt, rennt niemand weg. Im Gegenteil. Damit ihr euch die mal von allen Seiten angucken könnt. Krass, dass die keine Angst haben. Vogelspinnen sind gar nicht gefährlich für den Menschen, erfahren wir. Man kann sie auch mal vorsichtig berühren. Was ich so gar nicht möchte. Die Wissenschaftler wollen so Vorurteile und Berührungsängste abbauen. Verstehe ich. Aber anfassen? Das geht mir zu weit. Die Angst vor Spinnen ist verbreitet. Etwa 10% aller Deutschen haben sogar eine echte Spinnenphobie. Mehrheitlich Frauen. Eine Horrorvorstellung für diese Menschen, Spinnen zu begegnen. Ich nehme meine eher bescheidene Spinnenangst zum Anlass, einen Psychologen der Universität Greifswald zu besuchen, der diese Angst erforscht und der Menschen hilft, für die sie zur Qual wird. Professor Alfons Hamm beobachtet, analysiert und heilt die Spinnenangst. Hallo. Hallo, Lucie. Schönen guten Tag. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Ja, bitte. Prima. Das sieht ja abenteuerlich aus. Das ist ein EG. Das sind Gehirnströme. So was habe ich schon mal gesehen. Das nicht. Das sind Bilder von Spinnen und andere, die nennen wir neutrale Bilder. Oha. Und das? Das ist ein Messgerät, um diese Hirnströme aufzunehmen. Das nennt man Elektroenzephalogramm. Das ist eine Kappe, mit der man das dann aufnehmen kann. Und was genau zeigt mir das jetzt? Das ist im Prinzip die Elektrizität, die ihre Nervenzellen im Gehirn erzeugen. Die können wir messen, oben an der Oberfläche des Kopfes. Und wann immer Sie so ein Bild sehen, zum Beispiel so eine Spinne, dann antwortet das Gehirn auf dieses Bild. Also es sieht das Bild und verarbeitet das. Erstmal sagt es, uh, eine Spinne. Und dann sagt es nochmal, uh. Und dann geht er ziemlich schnell zu ihr und zittert immer zwischendurch. Das ist so dieses Zeichen. Ich bin keine Beute. Und beginnt jetzt gleich mit der Balz. Mhm. Und das sieht so aus, dass er ihre Beine immer so kitzelt. Und sie spreizt sie so regelrecht ab von ihrem Körper. Und drückt sich dadurch so richtig vom Netz ab. Mhm. Das bezeichnen wir dann als Kopulationsstellung. Also dass sie auch bereit ist für die Paarung. Und er kreist ordentlich mit seinem Bein. So, und jetzt ist er unter ihr. Macht noch ein bisschen Zampag. Sein Kopf zeigt auch in ihre Kopfrichtung. Mhm. Und dann kann es jetzt einfach manchmal ganz schnell gehen, dass er sofort in eine ihrer Geschlechtsöffnungen inseriert. und sie attackiert ihn dann auch sofort. Und dann ist halt die Frage, kann er sich dann befreien? Oder hat sie ihn gepackt? So, jetzt inseriert er. Und sie hat ihn sofort gepackt. Oh. Und wickelt ihn gleich ein. Da konnte man ja nichts sehen. Nee. Und er ist aber auch immer noch drin. Bei ihr. Wie nett. Ja, schon speziell, ne? Ja. Dementsprechend ist er eigentlich verloren. Und sie beißt ihn auch schon. Und zack, jetzt ist er draußen. Und sie wickelt ihn schön ein. Also hatte das Vergnügen nur einmal mit ihr. Das war's jetzt. Das war's. Aber weil das Wichtigste so rasend schnell ging, bitte ich einen NDR Tierfilmer um Unterstützung. Sonst filmt Ivo Nörenberg sprintende Geparden und angreifende Krokodile in Superzeit-Lupe. Spinnenfrauen, die ihre Männer nach dem Sex töten und auffressen, hat er noch nie vor der Linse gehabt. Ist auf jeden Fall sehr aktiv. Oh, da mag sie. Die Zeitlupe zeigt, sie packt ihn wie ein Schraubstock. Und dann wird sichtbar, was auch Steffi noch nie so genau gesehen hat. Die Spinnenfrau wickelt breite Seidenfäden um ihr Opfer. Wie hauchdünnes Zellophan, aus dem es kein Entkommen gibt. Hamburgs Waterkant. Nach der Spinneninvasion in der ... Damit Sie das, was Sie schon gekonnt haben, auf jeden Fall wieder machen. Ja? Mhm. Das haben Sie ja schon gekonnt. Das sollten Sie auf jeden Fall jetzt noch mal wieder versuchen. Ja. Versuchen Sie mal genau so, ja, nach hinten zu drücken jetzt. Sich zu entspannen jetzt. Mal so lange mit ihr zu spielen, bis es Ihnen ... Spielen. Ja, bis es Ihnen keine Probleme mehr macht. Also bis Sie so merken ... Meine Hände sind nass. Ja, ja, das ist normal. Ja. So, jetzt wollen wir sie mal einmal über Ihren Finger laufen lassen. Ganz langsam. So, erst mal mit einem Bein. Da kommt sie. Oh. So, jetzt lassen wir sie mal da im Moment. So, das lassen Sie jetzt mal auf sich wirken. Wie ist die Angst jetzt? Sie haben jetzt eine Spinner auf Ihrem Finger sitzen. Ich merke das. Ich nehme jetzt den Druck ein bisschen weg. Lassen Sie den Finger liegen. So. Und jetzt entspannen Sie sich mal hier so ein bisschen. Ja, sehr gut. Machen Sie sich klar, was Sie da tun. Sie haben zum ersten Mal in Ihrem Leben eine Tarantel in voller Größe auf Ihrer Hand. Ja. Komm, Tarantel, geh weiter. Ich schiebe es ein bisschen weiter nach vorne. So. Na, super. So, du sautst ja nicht da hoch. Und jetzt platt. Das ist Ihnen auch noch so. Ja, richtig glaub ich es nicht. Super. Na, das ist eine tolle Leistung. Sie haben die Hand. Sie sind total entspannt. Sie haben die Hand jetzt. Ich spinne jetzt voll auf Ihrer Hand. Wow. So, jetzt können Sie die Hand nämlich mal kurz anheben. So. Super. Ah. Das ist toll. Sie haben eine Tarantel auf Ihrer Hand. Ja. Toll. Ne, machen Sie sich das klar. Nein, nein, ich lasse nicht los. Ne, den nicht loslassen. Ne, ne, ich bin ja da. Da drunter kann ich, Sie müssen nur, dass die mir nicht auf dem Arm richtet, weil das finde ich wirklich fies. Ne, ne, das wohnen wir auch noch nicht. Ne, aber deswegen liegt nicht da oben hier. Ne, nicht. Jetzt verarschen Sie mich hier. Nein, nein, sie ist immer noch auf Ihrer Hand. Ja, aber das ist so verspannt hier. Ja, das löse ich, wenn Sie die Hand da lassen. Gut, ja, lassen Sie es ein bisschen locker. So, jetzt legen Sie es wieder hin. Und jetzt versuchen Sie es mal runter zu. Ja? Ja, müssen Sie andere Hand nehmen, genau. Da lang. Sehr schön. Ja, sehr schön. Da lang. Wunderbar machen Sie das. Ups, da war ich ein bisschen schnell, ne? Sehr schön. Super. Absolut unmöglich. Ja, sehr gut. Hier kommt auch gerade eine. Hallo. Guten Tag. Des Rätsels Lösung sind die vielen neuen Lampen. Wenn man sich an einem Gebäude entfernt, dann kommen Sie ja immer wieder, es ist alles voll, jede Brücke. Es gibt genug Nachschub. Viel Licht, gleich viel Beute, gleich viel Nahrung, gleich viel Nachwuchs. So läuft das. Sie sehen, dass Licht schöne Effekte macht. Hier haben wir diese wunderbaren Bodenstrahler. Die Spinnen haben da schon ihre Netze oben drüber gebaut. Und wenn man dann schön nach oben schaut, da kann man auch ganz gut erkennen, wie viel Schmutz diese Spinnen machen können. Dann müssen die ab und zu mal mit dem Besen ran gehen. Was kann man denn dagegen machen? Ja, man kann nur sauber machen eigentlich und versuchen, das Licht auszumachen. Können Sie das denn nachvollziehen, wenn so Leute Spinnen richtig widerlich finden, kreischen, schreien, Angst haben, wegrennen? Ja, nachvollziehen. Also ich habe mich auch schon mal als Kind vor Spinnen gefürchtet. Und es ist aber ganz schnell weggegangen, als ich ein bisschen mehr darüber gelernt habe. Und sobald ich irgendwas weiß über eine Spinne oder mich da ein bisschen näher mit beschäftige, ist das total weg. Und dann weicht vielleicht das Unheimliche oder das Eklige deiner Faszination an. Haben Sie denn Angst vor Spinnen? Ja, Angst, also so kleine finde ich schon fies, so ein bisschen. Also ich muss die jetzt nicht auf mir rumlaufen haben. Und große, also so richtig große mag ich gar nicht. Richtig große gibt es auch in der Uni. Hallo. Hallo. Sie sind verdammt groß. Ist mitten bei der Arbeit. Ja, genau. Ich bin gerade dabei, den Spinnen zu füttern. Aha. Und ja, schau doch entweder mal zu. Die Doktorandin Claudia Wesselow erforscht das Verhalten südamerikanischer Jagdspinnen. Ich versuche, sachlich zu bleiben. Das sind ja echt riesig. Genau, das sind quasi die Mamis von den ganzen Kleineren. Spinnen fressen Insekten. Und die mag ich auch nicht so. Und jetzt tun mir plötzlich diese Heimchen leid. Warum haben wir Menschen eigentlich Angst vor Spinnen? Also der erste Weg ist, man macht unangenehme Erfahrungen damit. Zum Beispiel, man ist irgendwo im Wald und plötzlich landet eine Spinne auf der Schulter und man kriegt einen irrsinnigen Schrecken und rennt weg und heult und schreit. Das ist eine Möglichkeit. Dann ist das zweite, wenn wir Modelle haben, die Angst vor Spinnen haben. Zum Beispiel unsere Mütter oder unsere Väter, die uns früh beibringen, Spinnen mag ich nicht, es ist komische Tiere. Das kriegen wir auch als Kinder mit. Und dann sind sie tatsächlich für uns komisch und eklig. Und das dritte sind Filme. Also so Harry Potter zum Beispiel, zweiter Teil, ist voll mit Spinnen. Und da wird so etwas wie Ekel erzeugt. Und der vierte Grund ist, dass man sich diese Kleinkindangst nicht abtrainiert. Wenn man sagt, ich mag keine Spinnen und ich fasse nicht an, dann schleppt man das mit dem Verwachsenen halt da. Professor Hamm sagt, gegen die Angst vor Spinnen hilft nur eine Spinne. Gut, dann bringe ich sie jetzt erstmal rein. Oh ja, die ist ja wirklich ganz schön groß. Ja. Schauen Sie sich die mal an. Ich gebe Ihnen mal einen Stuhl, wenn Sie sich mal hinsetzen. Okay. Können Sie sich die jetzt erstmal ein bisschen anschauen? Mhm. Und mal einfach beschreiben, was Sie sehen. Ich sehe ein ziemlich behaartes, riesiges Spinnenviech. Ja, genau. So richtig anfassen? Richtig fester anfassen mit beiden Händen. Ja, ist so ein bisschen angespannt jetzt hier. Versuchen Sie mal. Also ich würde jetzt so sagen, wir müssen uns eigentlich nicht näher kennenlernen. Sie haben da überhaupt keine Angst vor, ne? Na, dann wäre ich ein schlechter Therapeut, wenn ich Angst vor Spinnen hätte und Ihnen das wegtherapieren wollte. Haben Sie schon immer keine Angst vor denen? Ich hatte panische Angst vor Spinnen. Echt? Schauen Sie, kommen Sie ein bisschen mehr ran. Ja, das fühlt sich jetzt auch ein bisschen anders an als eben. Ja, ne, jetzt ist es ein bisschen größer. Wenn das jetzt ein kleiner Hund wäre, dann wäre das viel schöner. Aber schauen Sie mal, die macht genau, was ich ihr sage. Mhm. So, jetzt machen wir mal die Übung. Ich würde Sie bitten, die Spinnen mal hier vorne zu berühren. Mhm. Wenn Sie das mal probieren. Ja, ja, ich helfe Ihnen nur ein bisschen in der Schulter. Stopp. So, jetzt erst mal an die Entspannung denken hier. Ein bisschen locker in der Schulter. So. Atmen nicht vergessen. Sie atmen nicht. So, jetzt ein bisschen berühren.